Ja, Hallihallo, Hallöchen, liebe Corny-Abonnenten! Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Nations Guide von mir, zu der Nation Massilia. Der Corny hatte mich dazu eingeladen, mal eine Armee mit denen vorzustellen. Er hat auch schon dazu ein Video gemacht, das findet ihr sehr wahrscheinlich in dieser Playlist hier, einfach ein bisschen nach oben scrollen. Das ist, glaube ich, von 2015 sein Video und da hat er eine relativ Standard-Armee mit Massilia gezeigt, die auf jeden Fall so funktioniert. Ich bin auf jeden Fall heute hier, um euch mal meine Variante zu zeigen, wie ich gerne Massilia spiele und es auch schon gespielt habe, unter anderem im letzten AOL-Turnier. Also dann im vorletzten, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es eine kleine Rush-Armee. Ich werde natürlich nochmal insgesamt auf die Nation eingehen, aber natürlich dann den Fokus auf die Einheiten legen, die ich auch wirklich spielen will. Massilia, was ist das für eine Nation? Die meisten von euch wissen, das ist dieser kleine, ja fast schon Außenhandelsposten links von Italien. Also das ist eine kleine Kolonie, eine griechische Kolonie und daher ist es auch eine kleine Mischung. Nämlich, wir sehen hier einmal griechische Einheiten, die Leidenpanzerschwertkämpfer und keltische Einheiten, wie zum Beispiel die keltischen Krieger oder die freien Herbaner. Starke Mischung auf jeden Fall. Und auf das Ganze gehen wir jetzt ein. Wie gesagt, Rush-Armee. Das heißt, wir werden sehr wenig Schützen sehen. Ähm, da haben sie zwar eine, ich sag mal, mittelmäßig gute Auswahl hier. Also keltische Steinschatter, normal, normale Einheit. Die Peltasten, ne, auch eher eine Standardeinheit. Und die gallischen Söldner, Jägersöldner, relativ teuer, aber das liegt daran, dass sie Fleichen- und Guerilla-Aufstellung haben. Äh, die werden wir heute aber alle nicht benutzen. Ähm, wir werden uns stattdessen auf die Kavalerie konzentrieren und auf die Infanterie. Ähm, so. Wir fangen auch mal mit der Kavalerie an. Und da möchte ich euch erstmal hier die massilianische Kavalerie zeigen. Das ist nämlich eine, äh, ja, eine Special-Einheit von Brasilia, wie auch der Name schon sagt. Und wir vergleichen die jetzt mal mit Bürgerkavalerie. Und wenn ich jetzt mal immer hier und hin und her gehe, sehen wir schon, das Einzige, was die Bürgerkavalerie wirklich besser macht, ist die Rüstung. Und ein bisschen der Waffenschaden. Ähm, ansonsten ist die massilianische Kavalerie, Kavalerie in jeder Hinsicht besser. Und hat auch, äh, kostet auch weniger. Das heißt, die ist deutlich, deutlich preiseffektiver. Äh, und mit Massilia würde ich niemals Bürgerkavalerie spielen. Ich würde immer diese massilianische Kavalerie spielen. Besonders hier der Bonus gegen Groß für 15. macht es eine, macht es zu einer sehr guten Anti-Kav-Einheit. Die leichte Kav ist auch nicht schlecht. Ähm, wenn wir sehen, auch da sind sogar, die haben manche Werte sogar auch nochmal noch besser. Also Nahkampfabwehr, Nahkampfangriff zum Beispiel. Ähm, ich persönlich würde aber hier ausschließlich auf die massilianische Kavalerie setzen. Ähm, die hat eine bisschen höhere Gewichtsklasse. Das heißt, die macht mehr Charge, Damage und vor allem hier wegen dem besseren Bonus gegen Groß. Ähm, und der Moral ist es einfach eine solidere Einheit. Sie darf nur nicht beschossen werden. Das ist wichtig bei denen. Aber davon können wir auf jeden Fall schon mal vier mitnehmen. Ähm, und dann passt das. Ich nehme jetzt erstmal eine Standardlinie aus Leidenpanzerschwertkämpfern mit. Eventuell ändern wir das nochmal. Ähm, aber wir schauen jetzt erstmal. Also, wir gehen jetzt mal von maximal neunmal Nahkampfinfanterie aus. Ähm, dann sind diese Einheiten auf jeden Fall sehr gut für euch. Ihr könnt auch die Axtkrieger mitnehmen. Also, ihr könnt auch sowas zum Beispiel machen. Das kommt aber wirklich auf die Nation an, gegen die ihr spielt. Ähm, das würde ich euch jetzt freilassen, was ihr dann lieber nehmt. Das sind beides starke Einheiten. Die Axtkrieger sind besonders gut gegen Rüstung. Also, wenn ihr zum Beispiel gegen Rom spielt oder Athen oder, ähm, wie heißen sie? ADA. Auf jeden Fall die Axtkrieger. Ähm, wenn ihr eher gegen Barbaren spielt, würde ich euch die keltischen Krieger empfehlen. Ich nehme jetzt hier mal eine Mischung mit. Ähm, so. Landsnapai ist, ähm, auch sehr gut. Ich würde die nicht wirklich für das Kavallerie-Gefecht benutzen. Die besiegen da auch die meisten billigen Einheiten. Ähm, aber da wäre bei mir auf jeden Fall der Fokus auf, ähm, Töten. Also auf Infanterie-Einheiten töten. Ähm, und weniger darauf, da die im langen anhaltenden Nahkampf zu lassen. Was auch noch hier sehr gut ist. Also, wir sehen, sie haben eine relativ große Auswahl an Sperrinfanterie. Aber meiner Meinung nach sind hier die freien Herbaner auf jeden Fall die kosteneffektivste Einheit. Ähm, sie haben nämlich Pila und einen sehr großen Bonus gegen Groß von 25. Ähm, die könnt ihr nur zu einem Zweck verwenden und das ist für Kavallerie-Töten. Aber da sind sie wirklich sehr gut. Ähm, was auch relativ gut ist, sind die marcellianischen Toreos-Speren. Ähm, wie Toreos-Speren nur etwas, äh, anders. Ich glaube sogar etwas besser. Ähm, aber ich klicke jetzt erstmal ganz oft auf die freien Herbaner und wir sehen, wir haben noch Geld übrig. Und das kann man jetzt auf verschiedene Weise ausgeben. Ich würde es jetzt so machen, tatsächlich. Ich nehme mir jetzt hier eine Einheit Lanznippeis noch mit. Das heißt, wir haben unseren General in der Mitte, flexibel. Äh, und dann an jeder Flanke eine Einheit Lanznippeis und jeweils zwei Einheiten marcellianische Kavallerie. Wir sehen, wir haben jetzt noch Geld übrig. Äh, und das könnte man jetzt zum Beispiel so ausgeben. Können wir kurz gucken. Nein, für noch eine Einheit haben wir nicht noch mehr Geld. Das heißt, äh, ich gebe mein restliches Geld so aus. Ähm, und habe eine extreme Rush-Armee mit vier Sperren an jeder Flanke. Ähm, ganz viel Infanterie und besonders viel Kavallerie. Ähm, wir wählen mal kurz hier eine Einheit aus. Ähm, und gehen einfach mal rein, würde ich sagen. Äh. Oha, Lord am Sterben. Gut, aber es war eh nur der Last Green. Also, ähm, ist auch jetzt... Ach, Jesus Christus. Ist auch keine, ähm, komplizierte Umstellung. Ähm, ich würde das jetzt einfach so machen. Ich packe mal die Kelten hier mit auf eine Flanke. Äh, und mache da einfach eine fette, lange Linie raus. Formationsangriffe aus. Hier nochmal ein bisschen gucken. Äh, die Barbaren kann man immer noch ein bisschen länger ziehen. Als, äh, zivilisierte Einheiten. Und die freien Herbaner können dazu auch nochmal an die Flanke. Ähm, und ihr seht schon. Das ist eine sehr, sehr lange Armee. Sieht jetzt vielleicht ein bisschen blöd aus. Und man könnte auch denken, nicht so effektiv. Es ist aber effektiv. Ähm, solche Armeen sind bei uns im Clan schon bekannt als Lord-Armeen. Ähm, nämlich einfach ganz viele lange Linien mit ganzen Kaff und Inf. Äh, lange Linie deswegen. Also man könnte jetzt auch sagen, okay, wir machen jetzt hier das irgendwie so. Zack, mit Miet-Shield oder so. Könnte man machen. Ähm, wird auch den Leinenpanzer-Schwertkämpfern helfen. Also das wird, äh, die mehr protecten. Was ich aber machen will, ist tatsächlich, ähm, Einheiten binden. Also ich will, klar, Linie auf Linie. Und dann aber im besten Fall mit meinen Flankeneinheiten, seine Flankeneinheiten binden. Ähm, dass er dann quasi nichts mehr hat an Infanterie und besonders nicht an Speer-Infanterie, um meine Kavallerie anzugreifen. Und wenn das passiert ist, also wenn ich quasi alles im Nahkampf habe, dann kommt meine Kavallerie rum. Dann kommt meine, äh, massillianische Kavallerie, die ja eine sehr gute Anti-Kaff-Kavallerie ist, auf seine Kavallerie. Also, nehmen wir mal an, er ist Averna, er hat die zweimal schwere Kaff. Oder einmal schwere Kaff, dann geht er halt, dann geht man da mit der massillianischen Kaff drauf. Und dann sollte man sehr sicher seinen Lanzinpreis noch frei haben, um in den Rücken zu gehen. Weil die allermeisten Spieler spielen gar keine Schützen. Äh, die aller, die wenigsten Spieler spielen gar keine Schützen. Das heißt, jeder hat eigentlich immer so, ja, zwei bis sechs Schützen dabei. Ähm, das heißt, er, man wird, der Gegner wird nicht genug übrig haben, um diese ganze Masse an Infanterie und, ähm, Kavallerie im Nahkampf zu blocken. Ne, das heißt, sobald man quasi überall am besten gleichzeitig, äh, den Gegner blockiert, festhält, dann kommen die Lanzinpreis und dann räumt man auf. Äh, und das könnt ihr wirklich gut, dann geht man den Rücken, am besten immer schön abwechseln, bam, auf die Schützen. Dann wieder die Linie, dann wieder die Schützen, dass die Schützen auch alle weg sind, ne. Die Linie quasi entlangfahren von beiden Seiten. General kann man sich jetzt noch aussuchen, ähm, den würde ich eher defensiv finden lassen und dann mal gucken, wo man ihn einsetzen kann. Man kann ihn aber auch mit auf eine Flanke nehmen, vielleicht sogar da, wo noch die keltischen Krieger stehen. Hier zum Beispiel, dass man hier eine sehr aggressive Flanke hat, geht auch. Äh, ja, und obwohl quasi eigentlich die einzelnen Einheiten von dieser Fraktion dann gar nicht so gut sind, also, ich, ich beziehe mich jetzt hier auf die Linie, also, Linepass-Schwertkämpferlinie ist eher Standard, ähm, da wird man nicht wirklich durch reiner Power durchkommen, aber allein dadurch, dass man so eine Masse an Nahkaufseinheiten hat, kommt man dann rum, kann mit den Lanzinpreis im Rücken und hat sehr gute Winchancen. Gut, ähm, das war meine Armee. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ähm, für mehr Nations Guides könnt ihr Korne hier abonnieren. Ähm, soweit ich das richtig verstanden habe, werden da auch demnächst noch andere Nations Guides kommen. Am besten vielleicht noch einer von mir, aber auch von anderen Leuten, äh, wie zum Beispiel von Adrian. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Und wenn ihr Online-Metals sehen wollt, dann könnt ihr auf meinem Kanal vorbeigucken. Ähm, da lade ich, wenn alles gut läuft, regelmäßig ROM 2 Online-Schlachtnummer. Gut, dann hoffe ich, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!